Die Rache der Wikinger Ein außergewöhnlicher Film, großartig und fesselnd, voller Spannung bis zum letzten Augenblick. Ein dramatisches Geschehen aus der Zeit der Eroberungszüge der kühnen Wikinger. In den Hauptrollen Cameron Mitchell und die berühmten Zwillingsschwestern Alice und Ellen Kessler. Bist du wahnsinnig? Wie kannst du ihn ansehen, wenn niemand es merkt? Wir wurden von derselben Mutter in derselben Nacht geboren. Niemand kann dich besser verstehen als ich. Aber Iron durfte den Blick nicht zu dir erheben. Es war ein Frevel. Und du, Daya, wie konntest du dein Gelübde brechen, durch das du dich den Göttern geweiht hast? Weil ich ihn liebe, mehr als alles auf der Welt. Die Rache der Wikinger. Ein Kampf Mann gegen Mann. Ein Kampf auf Leben und Tod. Nur wer stark ist, überlebt. Töten oder getötet werden. Aber auch zwischen Todfeinden herrscht das Gesetz der Ehre. Du hast mir einmal das Leben gerettet. Jetzt sind wir quitt. Fürchte dich nicht. Ein König kann dich von deinem Gelübde entbinden. Und ich werde König sein. Du wirst meine Gemahlin. Du wirst kämpfen müssen. Ja, Daya. Aber ich muss es erreichen. Und ich werde es erreichen. Du bist die Frau, die ich liebe. Und ich will dich nie wieder verlieren. Ich bitte dich, hör auf, so zu mir zu sprechen. Lass mich! Ich habe sie betäubt. Willst du lieber meinen Todeskampf mit ansehen, als deine Hochzeitsnacht feiern? Ich warne dich. Glaube nicht, du könntest einen Barbaren... vorwärts, fertig machen zum Entern! Das wissen Sie. Musik Musik